Ich bin Andi Wirth. Ich bin seit 25 Jahren bei Wenger Wirth dabei und bin als Bauleiter angestellt. Ich empfehle Wenger Wirth als Arbeitgeber, weil es sehr familiär ist, man hat Freiheiten und man wird sehr geschätzt in dem, was man macht, wenn man es gut macht. Am liebsten habe ich Projekte, die technisch anspruchsvoller sind, in denen man etwas gefördert wird und vielseitiger ist.